Leute, gerade das Erdbeben. Ah, was für eins. Ach, du Scheiße, Alter. Oha. Oha, wackelt das hier. Oha, wackelt das hier. Oha, wackelt das hier. So, das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, sind Zusammenschnitte von Kunden bzw. Züchtern und Bekannten, wo wir jetzt schon waren bzw. noch hinfahren oder Bekannte von der Firma CWA von James und ja, schon richtig heftig aus da abging. Also wir hatten zum Glück, Glück in Kaohsiung, habt ihr ja gesehen im letzten Video, dass es bei uns nicht so heftig gewackelt hat, aber in anderen Teilen, wie zum Beispiel jetzt, wo ich mich gerade in Taipei befinde, da sind wir nämlich jetzt auch hingefahren, hat es ein bisschen ordentlicher gewackelt und ja, wir hatten einfach nur Glück gehabt auf jeden Fall. Es war ein schlimmes Erdbeben. Es war nicht so übertrieben schlimm, wie es die deutschen Medien publiziert haben, aber es war wirklich schon ein heftiges Erdbeben und ja, ich würde sagen, wir haken einfach das Thema jetzt damit ab und ich fasse euch mal wieder so ein paar kleine Vlogs zusammen, beziehungsweise so ein paar lustige kleine Ausschnitte. Ich habe übrigens, ich glaube, drei Terabyte Material, Vlog-Material, nur Vlog-Material. Deswegen, ihr hört euch auch an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet von der Klimaanlage, deswegen will ich mich heute ein bisschen ausruhen, deswegen kommt heute nur, ja, ein Zusammenschnitt. Im Nachgang kommen natürlich noch mehr Vlogs, das ist so viel Lustiges und Spannendes passiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, also ich bin hier eigentlich die ganze Zeit nur am Lachen oder am Staunen, ja. Gut, ich würde sagen, wir klatschen gar nicht lang, sondern wir starten jetzt direkt mal durch und ja, es geht einfach weiter nach dem Erdbeben. Viel Spaß dabei. So, zum Glück jetzt kein Nachbeben mehr und jetzt geht es erstmal los. Arbeiten. Also, was es mit Erdbeben war, ist schon leicht beängstigend eben. Aber okay, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob man die aufzugabbelufen darf bei Erdbeben. Nein. Good morning. Good morning. It's a new time. So, wir sind jetzt gleich da, beim ersten Träetermin. So, ich verschaffe dir jetzt mal einen Überblick. Ihr könnt aber auch mal schauen, also, riesengroße Corridoras. Könnt euch auf jeden Fall auch auf das Hauptvideo freuen. Jetzt gehen wir nochmal hoch, hier sind wir schon mehr. Das ist ein riesengroß. Das sind echt riesig, oder? Sag doch mal ehrlich. Das ist ein riesengroß. Ja, ich werde jetzt hier mal das Video anfangen. Bis gleich. So, wir sind jetzt fertig mit dem Interview. Sehr, sehr viele spannende Hintergrundinformationen bekommen. Und, ja, jetzt geht's weiter. So, wir sind jetzt wieder zurück bei CDA. Ich mache jetzt gerade erst mal Datensicherung. Und ja, Erdbeben ist hier auf jeden Fall auch ein Thema gerade. Ich fahre mit gemischten Gefühlen morgen nach Taipei. So, das ist jetzt letzte Nacht in Kaohsiung. Ja. Die Nacht nach dem Erdbeben. Ganz dramatisch, ganz dramatisch. Also, ey, deutsche Medien, schämt euch ohne Witz. Guckt euch an, hier ist nix. Ja, aber das war eigentlich wirklich schlimm. Also, in Taipei auch schlimm. Und in Berlin sehr, sehr schlimm. Ja, aber die tun trotzdem gerade so, als wäre ganz Taiwan die Insel übergegangen. Wir leben noch. Ja, wir leben noch. Hi. Ja, wir gehen jetzt mal in den Supermarkt, auf den Nachtpark. Und ja, wir gucken einfach mal. Wir nehmen uns mal kurz mit. Das hier? Ja, hier. PX Markt. PX? Ist das das amerikanische PX? In Amerika gibt es auch dieses PX, oder? Nein, das ist nur in Thailand. Es gibt so PX-Mann. Ah, okay. Nein, danke. Okay. Sieht aus wie unser Rewe bei uns. Genau. Milchprodukte? Was meinst du, du meinst, sind teuer? Nein, das ist Sojamilch. Das ist kein... Es wäre viel Sojamilch. Ja. Aber Joghurt und Milch. Das ist... Also, im Vergleich, okay. Das hier zum Beispiel, ja. Das ist schon... 88 sind... Das waren 100, dann 2 Euro noch was, glaub ich. Ja, oder? Ja. Wie macht das so... So... Jetzt ist... Rechne mal um. Was ist das hier? Früchtetee? Das ist also Sonneangebote, so... Achso, die trinken ja hier Tee mit Milch, gell? Nein, 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 nein. Das ist Asgeschenk. Achso. Das ist also Sonneangebote. Aber den Tee, was du kriegst, war auch grüner Tee mit Joghurt, oder? Ja, aber das ist doch nur beim Tee aus, ja. Ah, okay. Was sind wir hier noch? Ich zeige euch mal so ein bisschen die Regale. Es kostet zum Beispiel also 2,50 Euro. Okay. Ich weiß gar nicht, was kostet die Milch von uns? Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Ich glaub nicht so viel. Und dann Joghurt haben wir nicht so viel. Zum Beispiel das hier... Ja, da steht dann das. Okay. Das hier ist also... Auch ganz schön teuer. Das gibt's auch in Deutschland? Ah ja, das haben wir heute. Das ist dieser Joghurt nicht. Ach, das ist mit diesem Tee meinst du, oder? Ja, genau. Ah, okay. Und wie heißt das? Ja, Kult. Ja, Kult. Nennt sich's bei uns. Ja. Ich hoffe, ihr versteht mich. Hier ist voll laut und super darf hier nicht. Ah, hier. Taiwan-Bier. Ja. Ist aber auch recht teuer. Ist fast so teuer wie in Deutschland. Das Bier. Ja. Bier ist auch. Ja. Gut, hier Eier. Gibt's hier auch diese tausendjährigen Eier? Ah. Ne, die gibt's nochmal 7-Eleven, gell? Ja. Bier nicht. Das ist also... Das sind normale Eier. Instant-Nudeln, ja. Das kenn ich. Die isst man so trocken, gell? Ja. Die hab ich letztes Jahr mitgebracht. Ja. Sehr, sehr viele Nudeln. Und ihr esst die hier ohne Wasser, gell? Ihr kocht die und dann schüttet ihr das Wasser weg, gell? Ja. Nudeln? Alter. Öl. Olivenöl. Genau. Ist aber auch sehr teuer, ne? Ja, und das ist so zum Beispiel so aus Italien. Ja, importierte Sachen sind alle teuer, weil das ja Insel ist auch, ne? Ja, die Sachen aus Europa haben... Waschmittel. Das sind selbe wie bei uns, glaube ich, so, oder? Einfach nur mit chinesischen Schriftzeichen drauf. Das ist hier deutsch, deutsch, glaube ich. Genau, und sehr, sehr toll. Boah, 800, oder was? Ne, 1000. Das hier zum Beispiel, das ist also fast 10 Euro. Boah. Aber ich glaube, das ist bei uns auch so in dem Dreh. Waschmittel ist bei uns auch billig. Sogar Persil haben die hier. Das ist ja aber, glaube ich, amerikanische Marke, glaube ich, Persil. Das ist wahrscheinlich aus Deutschland. Ja, ja, das ist... Aber ich glaube, die Marke ist amerikanisch. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder doch deutsch, keine Ahnung. Kuschelweich ist auch deutsch. Ja, viele deutsche Sachen. Was haben wir hier noch? Mehr Instant Nudeln, oder? Instant Zeug, so Mikrowellen Zeug. Das ist nicht Mikrowellen, das ist also zum Kochen. Ah, so Brühwürfel. Okay. Was gibt's noch? Und, ähm, wieviel Uhr haben wir jetzt? Das ist immer noch, äh, 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 äh... Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt halb 10. Also, abends ist das, ne? Ja, und nachts auch viel Leute. Ja, ist noch toll. Ihr geht eh hier nachts ehe einkaufen, ja, oder abends. Weil's kühler ist und weil die ganze Leute wahrscheinlich Feierabend haben, ne? Ja, der guckt ja schon, wie viele Nudelsorten hier. Das geht bis dahinten noch weiter. Was ist das hier? Das ist, äh, Milchpulver. Milchpulver? Ist ja auch, ähm, sehr gefragt hier, gell? Ja, so, ja. Gibt's da nicht so eine Milch, äh, Pulver Mafia irgendwie so? Aber das ist also für Senioren, das hier zum Beispiel. Milchpulver für Senioren? Ah, nee, Babypulver war das, gell? Das ist, äh, sehr rar hier, glaub ich. Ja. Oder auch sehr teuer. So Babynahrung. Ja, ja, ja. Ich glaub, ich krieg kein Copyright-Claim wegen der Musiker, aber ich glaub, die gibt's in Deutschland nicht. Nein, das ist ja so, ja. Die, 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 die Werbung muss sehr gut kommen. Und hier, der Tempo auch aus Deutschland. Stimmt, das ist auch Deutschland, ja. Kleenex auch, also amerikanische Marke aus Deutschland, glaub ich. Ja, zumindest. Ja, jede Menge Getränke. Sprite, Cola. Monster Energy ist hier auch konzentrierten Red Bull. Balthesas, auch deutsch. Oreo. Die Süßigkeitenabteilung. Kaugummi ist auch sehr viele deutsche Marken. Ja, viele, ich glaub, das ist Arriba. Ja, stimmt, ja. Aber es kostet also ungefähr 3 Euro. So, okay, das kostet teuer. Ja. Ja, hier die Cola-Flaschen. Deswegen sollte ich James so viel mitbringen. Aber das, es kostet schon so 1,50 Euro oder so. Das ist schon teuer, ja. Bei uns kosten die großen Packungen, glaub ich, nicht mal 1 Euro. Ja, krass. Amelka-Schokolade habt ihr hier gar nicht, gell? Toplerone, das ist Schweiz. Ich weiß nicht. Ah doch, hier Kinder, habt ihr auch, stimmt. Ferrero. Ja. Ich glaube, so. Amelka. Schön mit Palmöl, ne? Ja. Ja, ja. Okay, ich weiß, was du weißt. Ja. Wir wollen ja auch nichts anspielen, ne? Hä, grünes KitKat? Ja. Warte, was hat das? Ah, das ist dieser Mocha. Ah. Das ist also, ähm, ja, so, äh. Okay. Ich muss den Bänder was mitbringen. Ja. Okay, dann muss ich aber in Taipei da mal gucken morgen. Ja. Ja, krass. Ja, cool. Dann haben wir ja schon fast alles gesehen. Das heißt, fast alles gesehen. Wir sind einfach durchgelaufen. Okay. Könnt ihr mal gerne Feedback in die Kommentare schreiben. Wenn ich schaffe, das Video schon vorher hochzuladen. Wenn wir noch hier sind, können wir vielleicht in Taipei noch mal über den Markt gehen, wenn ihr noch irgendein Spezielles sehen wollt. Könnt ihr mal reinschreiben. Ja. Ja, cool. Noch was. So, in Taiwan. Noch was. So, äh, äh, deutsches Brot ist also sehr bekannt, ja. Aber in Taiwan findet man sowas nicht. Da ist zum Beispiel alles so weich. Und dann Toast und dann ja. Ja, Toast ist sehr schwierig zu finden. Genau. Oder? Nee, nee. Ich mein, äh, Schwarzbrot, Schwarzbrot, Toastbrot findet man eher, ja. Genau. Ja. Okay. Ja, krass. Vermisst du schon deutsches Brot? Nö. Ah, klar. Ich esse nicht so gerne Brot. Hier Backwaren. Was war's? Ja. Ja. Okay. Okay. Gut, wir laufen jetzt mal zum, wo wir laufen jetzt hin zum Nachtpark, oder? Genau. Nachtpark. So, nur, also, ja. Wir sind gleich da. Okay. Ist nur ein kleiner diesmal hier, aber... Um es euch zu zeigen, reicht es auf jeden Fall aus. Ja, hier gibt's auch so viele Rollerfahrer. Mhm. Und hier gibt's auch extra, extra, äh, Straßenzonen für Roller, glaub ich, gell? Oder irgendwas war doch da. Ja. Ich glaub, auf den großen, auf den großen Straßen gibt's extra so einen Streifen, wo eine Roller fahren dürfen, oder? Ah, ich sehe so. Ja. Ja. Also extra Fahrspurt für Roller. Nützt aber auch nicht viel, gestern haben wir einen Rollerunfall gesehen, ne? Oh, ja. Ja. Aber es wundert mich echt, dass wir nicht noch mehr gesehen haben. So wie die hier manchmal fahren, ist schon echt, echt, äh, schlimm. Aber wenigstens tragen sie Helme. Ist das hier Pflicht, oder ist das hier freiwillig? Äh, Pflicht. Okay. Ja, da muss man sonst, also, äh, da muss man an der Strafgeld zahlen, ne? Ah, wie in Deutschland, ja. Weil Italien und sowas, da scheißen die einfach drauf, da ist ja keine Helmpflicht. Ja, ja. Das hier ist also, äh, privatschulat, für, ah. Für Computer, zum Beispiel, so für Photoshop, Design-Suche, ja? Ach so, ist ja geil. Und so, äh, so spät noch auf Afrika. Das? Ja, ist eher, ist so mehr oder weniger in den Arm verlagert, oder? Das ganze Leben, oder? Ja, ja. In der Hitze auch aufhängt. Aber, äh, das Leben kann also sehr stressig sein. zum beispiel ja ich muss also arbeiten aber ich möchte also besser haben deswegen dann muss ich nach der arbeit noch mal in der wachschule gehen das hier große kaufhaus genau da zum beispiel ist aber auf dem nachtmarkt sage ich gleich werde ich keine kulinarische verkostung machen da hat die gegensätze ist das kaufhaus und ist das komplett bis oben hin ernsthaft wie groß ist das denn heute müssen wir mal ganz kurz rein kann man das so von oben runter gucken oder sowas gibt es so rolltreppe aber ich glaube so man kann nicht weil das ist also okay ich glaube da gehen wir in teilpepe schon mal in den kaufhaus oder ja da machen wir heute nur macht nachtmarkt also seid bitte vorsichtig ja so das ist so eng und dann fahrräder und dann noch moped also wenn ich nicht vom erdbeben sterbe dann wahrscheinlich vom rollerfahrer überfahren also keine ahnung und ich möchte noch etwas also ergänzen ja so hallo deutschland wir sind jetzt in taiwan und ja wir sind also jetzt auch nachtmarkt und hier werden also entwälde karte noch 100 gegessen genau das habe ich ja im letzten video auch schon gesagt das ist noch nicht online viele deutsche verwechseln taiwan mit china und das ist halt komplett was anderes hier also hier werden wie er schon gesagt hat weder katzen noch hunde gegessen hier wird auf die aufs tierwohl auch geachtet hier gibt es mehr oder weniger ein tierschutzgesetz anstatt wie in china zum beispiel und die wird sich auch eingesetzt für das wohl der tiere auch wenn es manchmal nicht so aussieht von der ätzungskultur jetzt sage ich jetzt mal hier gibt es halt printen fisch und sowas das kennt man aus deutschland nicht dass man sich den fisch neben noch aussuchen kann ja das ist etwas anderes ja aber kulturell ist hier was komplett anderes als in china besser ihr habt ja schon ein video von mir aus china gesehen und wird noch mal eins sehen wir nächst irgendwann wir haben verpasst ok dann gehen wir mal zurück zurück turisten ja ich habe das ist interessant so auf der sparte habe so touristen gesehen und dann da stimmt das sind deutsche glaube ich ja vorschenkel und dann hier auch was noch ganz interessant ist so es gibt so viele teehaus das ist also ein teehaus 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 deswegen ist babbo tee also verlebt in taiwan ja aber das ist kein das ist nicht dieser wappeltee den wir aus deutschland kennen diesen hoch bubbles drin das ist ein anderer art von wappeltee aber alle gemütlich es gibt auch so viele verschiedene kälte eins zwei drei vier sind alles teehäuser das krass das ist hier wie bei uns in deutschland dönerläden oder friseure man sieht halt deswegen esse ich halt hier ungern was weil es ist halt warm ja und hat james ja auch schon gesagt also besser dass er nicht wobei es halt super lecker ist ja ok frau spielte ich jetzt nicht gerade essen aber es ist halt andere sachen was es hier gibt ja wie gesagt hat das ist schon auch das waren ja auch lang ich habe gedacht wir fahren nur rolle lang hier noch teehaus was gibt es hier das ist also frittierte sache zum beispiel so frittierter tintenfisch oder so kündchenpilat so was ja tintenfisch also frittierte sachen kann man ja essen das ist ja wenigstens antibakteriell sage ich jetzt mal aber frittierten sachen kann man nicht viel falsch machen aber ich habe jetzt trotzdem ich muss jetzt trotzdem nichts essen wir haben pizza gegessen drüben auch jede menge diese mini kleinen stände machen die die eigentlich danach weg oder bleiben die einfach hier stehen und hier wird als da wird hier und dann hier wird also hier gibt es diese spielhallen da diese mit automaten die alle manipuliert sind hast du schon mal probiert da was zu spielen hast du schon was gewonnen das ist nicht mein ding der herr war jetzt auch nicht aber wir können ja mal kurz reingucken hier hast du sogar wasserflaschen ja aus italien ist ja krass alles mögliche gibt es hier mit was mit also jetzt auf das ist schön kühl hier kinder er ist für ein krams hier drin auch gibt kleenex ein kleenex automat ist ja verrückt jetzt nicht mal mitarbeiter oder hier ist kein mitarbeiter das ist so das ist sehr ist ja das ganz so ist das was kann man und vom fernsehen du kannst da also so ein eine maschine also ach so dann kannst du so der von dieser maschine ah ok deswegen ist so es gibt so wie aus war das ist von ja so ist nicht manipuliert sieht nur so aus ja nein lustig und ähm sascha hier kannst du also in lotto gewinnen echt ja wohl unscharf hier kann ich in lotto gewinnen das kann ich auch in deutschland ich hab's noch nie gemacht in lotto gewonnen ja was ist hier gerade ein jackpot wie viel 2000 ähm schreibt mal die lottozahlen in die kommentare 2,7 millionen ne ja 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 2 millionen 777.778 ok wo steht das wo hast du es gerade gesehen das ist da da ich glaube da hat da oben die zahlen ja ok krass moment vielleicht soll ich kaufen was und dann wir spielen du spielst lotto ok ok ich mag das und dann du kannst das ok ok shiwei wird jetzt millionär und ihr seid live dabei ok so das ist was ganz anderes da kann man jetzt so direkt probelose ja 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 probelose ok das ist so für 100 für 200 also ich nehme also eine also für 200 ja ok und man kann das also einfach also ja gibt es auch in deutschland ja aber holt nur so ja warte mal ich glaube ich kaufe auch einen kann man hier mit karte bezahlen ähm wahrscheinlich nicht dann kann ich auch einen 4 und 5 so nur im bargeld scheiße ich habe kein bargeld dabei ich kann dir also einen schenken ne ok dann machen wir jetzt zusammen werden wir jetzt millionär oder milga der oder keine ahnung was dann welche möchtest du aus keine ahnung suche aus such du aus also ich muss aussuchen ja 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 dann nehme ich hier so eins von denen hier ok das hier ja ähm die sind wir mal gespannt ja ich bin sicher dass du hier aber shiwei bist du schon über 18 ich bin sicher dass du hier ich bin sicher dass du hier ich bin sicher dass du hier ja 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 weil ja 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 krass ich muss jetzt mit einer hand irgendwie rubbeln das ist also äh die nummer dieser glück 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 und dann das ist also deine zahl ok und dann kann man also viel gleich hin also was musst du erst auf rubbeln das hier ja ja und wenn das also wenn das gleich wenn wenn die zahl also gleich sind dann hast du gewonnen ja ok halt du mal bitte so fest ich muss mit einer an rubbeln mit einer film so hier erst mal das ja ja das ist nur qr code ja und dann noch weiter hier rüber ja ja 16 genau und jetzt wo ja so noch weiter das müssen drei gleiche sein oder das ja nein so nur wenn das hier mal 16 dann hast du gewonnen achso und jetzt habe ich nichts gewonnen noch nicht du hast noch achso weiter auch wieder nichts noch nichts noch nichts es kommt noch 13 ich habe das prinzip trotzdem noch nicht verstanden also ich habe nichts gewonnen noch nichts achso da sind ja noch mehr ja achso ok jetzt habe ich also verstanden hier hier ist also glückszahl so 16 und 20 und wenn du die nummer hier hast dann hast du diese ja ok die haben wir aber nicht ja also haben wir nichts gewonnen ist eine niete leider nicht ok jetzt jetzt musst du gucken ja also eine niete haben wir schon mal also jetzt brüchte ist eine ananas ja aber ich muss also wenn man also dieser geschenk dieser icon hat dann bekommt man also 500 genau und das hier jeder also zart dann bekommt man also die Summe hier zum Beispiel nichts sehr 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 und dann hier zum Beispiel hier ist also glückszahl und dann meine Ziffer ok ok dann es muss also 11 oder 13 sein ja wollen wir die umtauschen? ich glaube die sind die sind niete ja 11 13 14 14 21 ah schade ok moment letzte Chance ja so 3 gleicher zahle dann bekommen sie mal oh nein zumba ja oh ja ne aber fast 2 gleiche haste einmal auf 100.000 wäre doch gut oder? ja ja schade also nichts gewonnen schade sehr schade sehr schade aber nächstes mal ja nächstes mal aber da sieht man mal wieder kein glücksspiel nennt euch kein Beispiel genau ja wir müssen jetzt wieder abgeben das glücksspiel ach du hast schon was vergessen? ok 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 wir haben was vergessen ja aber wir haben trotzdem nichts gewonnen leider nicht hat sie gesagt ok tschüss tschüss also wir wollten euch eigentlich so demonstrieren dass man beim Glücksspiel Licht gewinnt genau genau wir sind also ein gutes Beispiel genau deswegen kein Glücksspiel ok was haben wir hier? Handy laden genau ja die machen grad zu hier nochmal so ein Automatenladen ja ja braucht man nicht nochmal rein zu gehen dann hier noch jede Menge essen ja das war es eigentlich schon jetzt gell? ne da geht es nicht mehr weiter ja jetzt geht es hier Instant Nudeln oder was? ernsthaft? Instant Nudeln? ja das hier ja zum Beispiel man kann also ja die Zutaten also auswählen und dann das wird also gekauft ok man kann also verschiedene Nudeln also auswählen und dann Zutaten wählen und dann es wird dann da gekauft ah ok in einer Tüte also ah was ist das da alles? dann kannst du also vier Fotos also in der Rhein und sowas auch ja in der Rhein oder Tofu ja und dann ähm Wurst das sieht aus wie die wie die Hundeleckerlis von Gizmo die da diese Dinger sehen aus wie die Hundeleckerlis von einem Hund nein nein die sehen wirklich so aus wie gesagt man kann also einfach so einen Korb nehmen und dann das ist ein Nudelsieb ist kein Korb das ist ein Nudelsieb genau Nudelsieb und dann man kann also die Zutaten auswählen ok ja auch interessant ja und schon eine Schlange ja ja und jede Menge Roller wieder laufen wir wieder zurück oder? ja oder haben wir noch was? ja ja wir sind schon zu gut ok in die Richtung gut gut brauchen wir jetzt nicht mehr zu filmen falls ihr noch was probiert zeige ich es euch ansonsten wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da und legt den Kanal schau da mal mal bei Shiba vorbei du machst du hast nämlich auch auf Facebook bist du sehr aktiv oder? genau und wo noch? Instagram auch? ja Instagram auch ja ja fragt euch mal in die Videobeschreibung check die mal aus wenn ihr einen Reiseführer in Taiwan braucht kommt mir anrufen ja ja alles klar dann bis zum nächsten Mal und tschüss Kanal vergessen nicht abonnieren tschüss tschau